Ah, Ben! Hi, Harald. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wie läuft's an der Schule? Alles super, danke. Schön. Du, ich bräuchte mal deinen fachmännischen Rat als Polizist. Aha. Ja, gerne. Komm, setz dich erst mal. Was geht's denn? Ja, ich fahre letzte Woche auf eine Spritztour mit meinem Motorrad und dann... Los, ich pisse euch an. Mach die Morda auf. Oh, ich pisse. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020